Sehr gut. Schönen guten Morgen, lieber Rasenfreaks. Ja, heute werden wir noch diesen Stumpf hier, diesen Eichenstumpf wegfräsen lassen. Da kommt jetzt gleich eine Firma, die müsste ja nicht jede Minute hier aufschlagen. Der Boden ist leicht gefroren. Das ist natürlich nicht gut, weil man über die Rasenfläche laufen muss. Aber für die Maschine ist das ganz gut. Ich weiß nicht, womit er jetzt ankommt. Ich glaube, mit so einem kleinen Raupengerät, mit so einer kleinen Raupe. Und vielleicht gibt es dann auch noch irgendwann hier was ganz Neues. Da bin ich natürlich auch schon wieder am überlegen, was wir hier machen. Da wird jetzt ein neuer Baum gepflanzt. Da, wo der Stock steht vor der Birke. Vielleicht pflanzen wir da vor dem Beet noch einen Baum. Da, wo der Stock steht, da pflanzen wir noch einen Zierapfel. Da eine Eberesche hinten, einen Zierapfel für die Vögel, damit die hier ein bisschen was zum Futtern haben. Und das sind auch Bäume, die nicht ganz zu groß werden. Haben wir uns extra mal ein bisschen schlau gemacht. Und hier in der Mitte, mal sehen. Okay. Ja, kommt übrigens nächste Woche. Nächste Woche werden schon diese neuen Bäume gepflanzt. Ja, also, es ist hier wieder mal richtig Action beim Rasenfreak. Yeah! Wahnsinn, ne? Was ist? Wie er das da wegbräst. Das ist der Hammer. Der Hammer. Ja! 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 Das war's schon. Ist das eine coole Nummer? Das ist echt der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Jetzt müssen wir uns zusammenhaken hier erst mal. Copyright Untertitel NDR 2021 Ach, das wäre das heute herrlich. Den ganzen Tag Sonnenschein, aber richtig kalt und nach Bodenfrost richtig kalt. Naja, es ist noch nicht Frühling. Es ist noch nicht Saison. Wir sind hier gut dabei. Gut dabei, hier alles für die Saison vorzubereiten. Ja, lieber Rasenfix, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr jetzt hier machen würdet. Bin mal gespannt auf so eure Meinung. Danke. Bis zum nächsten Mal. Hier sind immer noch die Drahtreste vom Wurzelballen drin. Noch nicht komplett verrostet. Das ist unglaublich, oder? Das gibt's doch nicht. Nach 30 Jahren. Ja, nicht ganz, aber das ist ja der Wahnsinn. Ja, von wegen. Das gibt's ja gar nicht. 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 Ja, ich bin ja verdichtet. Ach Leute. Ja, lieber Rasenfix, das war's jetzt hier mit dem Eichenstumpf. Ich mach jetzt hier noch die letzten paar Krümel weg. Dann kommt hier frischer Mutterboden drauf. Guter Mutterboden. Ihr kennt dieses Video. Ja, und dann wird ihr gleich wieder eingesät. Dann haben wir hier erstmal eine schöne gleichmäßige Fläche wieder. Und dann bin ich gespannt, was ihr sagt, was wir hier gleich als nächstes machen werden. Irgendwann. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.